Hi, hier ist der Daniel von Session in Frankfurt und ich zeige euch heute von Cameo die CLM-PAR01. Diese wunderschöne kleine Lichtanlage, die ich hier zu meiner Seite stehen habe. Bestens geeignet für Partykeller, kleinere Bühnen, Alleinunterhalter, DJs, jeder der eben ein bisschen Lichtunterstützung braucht bei dem was er vorhat. Wir haben hier vier Lichter an einer schönen Bar. Was alles im Lieferumfang dabei ist, wie gesagt, hier einmal das Lichtset, das Stativ nicht, das heißt, das müsst ihr euch noch selbst dazu kaufen. Dafür habt ihr natürlich dann auch die Freiheit zu wählen, was für ein Stativ ihr da haben möchtet. Hauptsache ist, ihr braucht oben eine TV-Zapfenaufnahme, weil hier nämlich ein TV-Zapfen dran ist. Dafür sitzt das Ganze dann auch gut. Ansonsten haben wir im Lieferumfang noch drinnen eine wunderbare Transporttasche. Schön samt mattiert hier und auch robust ausgeführt. Schön dick gepolstert mit einem kleinen Fach noch drin. Denn für diese Anlage gibt es auch einen Fußkontroller optional, den ihr euch auch noch mit dazu holen könnt. Der passt dann genau hier rein. Ansonsten könnt ihr da auch gerne das Kaltgerätekabel oder auch die Bedienungsanleitung drin verstauen. Die, ich finde, für Lichtequipmentverhältnisse sehr schön ausgeführt ist. Mehrsprachig, was auch nicht üblich ist in der Branche. Und wie gesagt, ein schönes kleines Heftchen, wo man nochmal nachlesen kann, was die Anlage alles kann. Ansonsten zeige ich euch das auch jetzt gerne mal selbst. Denn wir haben hinten ein kleines Display dran. Deswegen gucken wir uns mal schön die Rückseite an jetzt von dem Teil. Da seht ihr das Display. Ansonsten ist das Ganze natürlich DMX steuerbar. Deswegen haben wir hier DMX in und out. Warum ein out? Klar, ihr wollt ja auch vielleicht dahinter noch andere Geräte schalten. Oder ihr wollt vielleicht, dass diese Bar noch eine Bar derselben Gattung mitsteuert. Das nennt sich dann Master Slave Mode. Dann haben wir noch den Anschluss für den Fußkontroller, den ich schon angesprochen habe. Und ihr könnt, wenn ihr auf das Ding Saft drauf gebt, das auch wieder durchschleifen zu einem weiteren Licht oder generell zu einem weiteren Gerät. Denn die LEDs ziehen ja bekanntlich relativ wenig Strom. Ist natürlich schön stromsparend und man kann danach noch andere Geräte versorgen über dieselbe Steckdose. Sollte man natürlich trotzdem nicht übertreiben, die ganze Sache. Ansonsten gehen wir mal hier rüber zu dem Display. Da habt ihr nämlich neben dem Master Slave Mode, der schon angesprochen ist, noch verschiedene andere Modi. Die könnt ihr hier über die Mode-Taste eben steuern. Wir haben einen Sound Mode, wo wir einstellen können, wie sensitiv das Ganze sein soll. Wir haben des Weiteren einen Mode für eingebaute Programme. Das heißt entweder statisches Licht in verschiedenen Farben, die ihr hier einstellen könnt. Oder ihr könnt das Ganze auch als Strobo fahren. Das zeige ich euch mal kurz. So, dann sagen wir hier Enter und los geht's. Wir haben hier dann verschiedene Farben, die wir anwählen können. Und wir haben eben die Flash-Geschichte, dass ihr hier auch mal schön Strobo-Effekte machen könnt, wenn ihr wollt. Machen wir das Ganze mal wieder aus. Und ansonsten haben wir noch andere Modis. Nehme ich zum Beispiel den Auto-Run. Da macht das Ding einfach knallhart das, auf das es gerade Lust hat. Also automatisches eingebautes Programm. Braucht ihr euch überhaupt nicht mehr drum kümmern. Und ein DMX-Mode. Da habt ihr auch die Wahl zwischen drei verschiedenen Kanalmengen sozusagen. Ja, das heißt ihr könnt hier natürlich einmal die Startadresse einstellen für das DMX. Ganz klar. Und dann habt ihr einmal einen 6-Kanal-Modus, einen 9-Kanal-Modus und einen 15-Kanal-Modus. Das heißt, da könnt ihr dann wirklich jedem Licht genau sagen, was es zu tun hat. Das eine rot, das andere grün, das andere gelb, das dritte flackert. Ja, also da habt ihr dann wirklich alle Freiheiten, die ihr möchtet. Und ansonsten sind wir wieder zurück im Slave-Mode. Das heißt, da richtet sich diese Bar dann nach der, die vorne dran geschaltet ist per DMX. Ja, soweit zu diesem schicken Lichtsystem. Könnt ihr euch gerne angucken bei uns im Laden in Frankfurt, in Waldorf. Wir haben es aufgebaut. Schaut mal rein. Es ist ein Haufen Licht, oder ist ein Haufen Licht, was da rauskommt. Zehn Millimeter-LEDs, 432 Stück an der Zahl. Also die Lichtausbeute ist für die Größe auf jeden Fall schon ordentlich. Ja, schaut es euch mal am besten an bei uns im Laden. Ich freue mich auf euren Besuch und wünsche euch noch einen schönen Tag.